Jo Leute damit, willkommen hier zu einem weiteren neuen kurzen Video und da geht es heute um eine neue Fortnite Mercer Herausforderung. Die gibt es ja jetzt hier im neuen Update und da geht es um die Aufgabe, lege 100 Meter auf einem Hexenbesen zurück. Dafür gibt es 40.000 XP und wie das Ganze geht, seht ihr ganz genau in diesem Video. Ich zeige euch dafür jetzt auf jeden Fall mal einen sehr guten Ort, um diese Hexenbesen ganz schnell zu bekommen. So, jetzt bin ich ja auch schon in der Gruppenkeile und ich werde jetzt mal ganz kurz an einen bestimmten Ort hinfliegen, wo es auf jeden Fall auch diese Hexenbesen gibt. Ist ein sehr, sehr guter Ort dafür. Und während ich dort jetzt hinfliege, könnt ihr natürlich auch ganz kurz ein Abo hier lassen, falls ihr neulter seid. Ihr seht hier alles rund um Fortnite. Hier vorne auf jeden Fall sehen wir hier so ein neues Haus, gibt es jetzt seit dem Update und dort gibt es auf jeden Fall auch einen Behälter, in dem es solche Hexenbesen gibt. Hier vorne ist jetzt ein Hexenbesen, die gibt es dann nämlich aus diesen Behältern hier raus. Hier können wir das Ganze durchsuchen und dann kommt hier so ein Hexenbesen raus. Den könnt ihr euch dann nehmen und damit halt einfach mal in der Luft fliegen, wie wir sehen. Ja, 100 Meter und dann zählt das für die Aufgabe, ist wirklich ultra leicht. So leicht geht das Ganze auch schon. Also einfach nach diesen Behältern suchen. Dort drin gibt es dann hier diese Hexenbesen. Wie wir sehen, 100 Meter, schon zurückgelegt. 40.000 XP bekommen. Also am besten einfach mal hier hingehen. Dort gibt es Behälter mit Hexenbesen, haben wir ja gerade gesehen. Da lagen auf jeden Fall sehr, sehr viele schon rum. Auch am besten einfach in die Gruppenkeile gehen, da geht es wirklich sehr, sehr schnell und dann kriegt ihr auch schon 40.000 XP. Falls sich da zu viel los ist, zeige ich euch nochmal ganz kurz den zweiten Ort und zwar ganz genau hier vorne gibt es auch nochmal so ein Hexenhaus. Hier zeige ich euch die Behälter mal. Hier sehen wir schon. Durchsuchen. Und dann gibt es hier auf jeden Fall diese Hexenbesen. Einfach aufsammeln und dann die Taste hier drücken. Und dann sehen wir schon, können wir hier rumfliegen. Und dann macht ihr hier auf jeden Fall die Aufgabe. Wäre dann auf der Karte genau hier. Ja und das sind auf jeden Fall hier die Orte für die neue Aufgabe. Macht das Ganze auf jeden Fall schnell. Und dann gibt es hier 40.000 XP. Das war es auch schon mit dem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis dann und ciao.